Willkommen zu den heutigen Vivi News. Heute schauen wir uns auf jeden Fall nochmal ganz genau den Iron Man Drop an. Unter anderem macht Marvel jetzt unter anderem auch Promotions auf Twitter für Vivi mit einer wirklich interessanten Entwicklung. Unter anderem besprechen wir auf jeden Fall auch nochmal das Venom Comic nach und wir schauen uns auf jeden Fall den nächsten Comic Drop an. Das und sehr viel mehr jetzt in diesem Video. Willkommen on board, ich bin es dein Captain, dein Vivi OG und ja zurück hier in Deutschland bzw. in meinem alten Location. Viele Leute, die sich jetzt fragen, hey Cap, wieso bist du wieder zu Hause? Hat unterschiedliche Gründe, private Gründe. Darauf werde ich vielleicht mal im Livestream eingehen, in einer der nächsten. Und ja, ansonsten würde ich sagen, starten wir auch direkt dann ins Video, denn es gibt auf jeden Fall heute auch eine Menge zu besprechen. Und ich würde sagen, starten wir an dieser Stelle auch direkt rein mit dem nächsten Drop und zwar nämlich dem Iron Man Drop, der nämlich heute stattfinden wird. Ich hoffe mal, dass das Video noch rechtzeitig rauskommt, bevor der Drop jetzt rauskommt. Denn der Drop heute wird um 17.00 Uhr in deutscher Zeit stattfinden mit einer Editionzahl von über 3000 Stück, knapp 4000 Editions sind das. Und meiner Meinung nach ist das auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr cooles Collectable. Auch wenn wir uns hier die Animation einmal ansehen, da muss man wirklich sagen, das Ganze ist auch noch mit Sound. Und das Ganze ist schon wirklich sehr, sehr umfangreich gemacht und meiner Meinung nach wirklich fast die coolste Animation, die wir bis jetzt ja auch wie wir haben. Und wie ich das auch gesehen habe, kann man tatsächlich sogar, wenn man ihn anklickt, als Animation in Augmented Reality unter anderem schießen lassen. Also hier wirklich sehr, sehr umfangreich gestaltet. Für mich persönlich trotzdem ein Skip an dieser Stelle, weil ich denke, dass man ihn deutlich günstiger dann später auf dem Marketplace bekommen wird. Ansonsten habe ich es ja gerade schon erwähnt, im Intro Marvel macht unter anderem Promotions. Und zwar nämlich für Vivi auf der San Diego Comic Con. Zusammen sind sie ja dort wieder in einer Booth. Und hier sieht man unter anderem ja auch, wie viele Leute das insgesamt gesehen haben, beziehungsweise es angezeigt wurde. Hier haben wir nämlich über 250.000 Mal, dass das Ganze jemandem angezeigt wurde. Und dementsprechend unterschiedlichen Accounts natürlich. Und Marvel selbst hat an dieser Stelle über 18 Millionen Follower auf Twitter. Also hier auf jeden Fall sehr, sehr, sehr interessant. Unter anderem hier nicht nur einmal Promoted, sondern auch hier ein weiteres Mal auf der Bühne. Und hier haben wir auch insgesamt wieder knapp 200.000 Leute, die das Ganze angezeigt bekommen haben. Auf jeden Fall hier sehr, sehr interessant. Wir sehen auf jeden Fall hier eine positive Entwicklung, auch auf der San Diego Comic Con mit Vivi. An den Userzahlen sieht man es momentan wirklich leider gar nicht. Wir haben jetzt hier an dieser Stelle natürlich schon einige neue User dazubekommen, aber das ist eigentlich nicht der Rede wert. Wir haben hier auch auf 45, ja knapp 63 neue User bekommen, beziehungsweise neue User bekommen, die mindestens eine Transaktion getätigt haben. Das ist ganz wichtig zu erwähnen. Davor hatten wir so durchschnittlich ja 10, 20 Leute, die täglich dazugekommen sind und eine neue Transaktion gemacht haben. An dieser Stelle, ja, ist das auf jeden Fall jetzt keine besonderlich interessante Entwicklung. Nichtsdestotrotz ist das auf jeden Fall nicht aus Acht zu lassen, dass Marvel hier mittlerweile auch, ja, auf der San Diego Comic Con beispielsweise, Vivi mit erwähnt, sich als Partner positioniert. Das ist meiner Meinung nach auf jeden Fall eine sehr gute Entwicklung, außer die Userzahlen, die könnten deutlich besser sein. Was auch interessant ist, ist auch das San Diego Comic Con unter anderem, dass hier der Marvel Showroom präsentiert wurde. Und wenn man sich nämlich hier das Bild mal von Corey anschaut, dann sehen wir tatsächlich sogar hier einen kleinen Ausschnitt aus dem Showroom, beziehungsweise aus dem Viviverse. Das Ganze wurde hier an dieser Stelle auch nochmal ein bisschen vergrößert. Wir sehen hier auf jeden Fall, ja, einen interessanten Showroom meiner Meinung nach. Ich bin auf jeden Fall auch sehr gespannt, wenn das Ganze jetzt endlich mal rauskommen sollte. Außerdem, ja, hier hat sich jemand natürlich mal wieder einen Spaß erlaubt mit einem Pokémon, beziehungsweise Pikachu, das natürlich an dieser Stelle dann nur reingephotoshoppt ist. Aber meiner Meinung nach auch auf jeden Fall das Interesse an der Entwicklung und ich gehe auch davon aus, dass wir maximal noch zwei bis drei Monate, beziehungsweise bis Ende des Jahres warten müssen, bis wir auch das Viviverse dann endlich haben. Ansonsten wollte ich auf jeden Fall auch nochmal auf eine Thematik eingehen, und zwar nämlich von MacFallenthalys. Ich habe es in meinem letzten Livestream mit Chris Vivireisen und auch dem Instinct aka Enrico, habe ich das dort auch schon besprochen, und zwar nämlich, dass Warner Brothers hier von vielen Leuten mittlerweile als Gefahr angesehen wird für Vivi. Meiner Meinung nach ist das eine sehr große Chance für Vivi, hier unter anderem jetzt auch endlich mal sich Sachen von jemandem abzugucken, der unter anderem auch mit in dem Space konkurriert. Eigentlich ist es gar nicht so schlecht, wenn MacFallenthalys hier auch wirklich voranprescht und neue User mit an Bord holt, weil im Endeffekt werden diese Leute nämlich dann auch wahrscheinlich irgendwann auf Vivi aufmerksam, denn im Endeffekt ist das Ganze, wie Davidio auch damals schon gesagt hat, eigentlich ein Space, der zusammenarbeiten muss. Und im Endeffekt wissen wir eigentlich alle, dass bei MacFallenthalys überwiegend auch sehr viele Leute von Vivi mit dabei sind, genauso wie es bei Cryptoys und vielen anderen Projekten da draußen ist. Dementsprechend muss man einfach sagen, ist das einfach ein Geben und Nehmen und die Leute werden unter anderem auch von MacFallenthalys sehr wahrscheinlich irgendwann von Vivi hören und dann wahrscheinlich auf Vivi aufmerksam werden und dadurch dann auch zu Digital Collectern werden in der Vivi-App, was dementsprechend auch für die App selber natürlich einen sehr positiven Einfluss hat. Schreib du mir aber auf jeden Fall auch mal sehr gerne deine Meinung zu MacFallenthalys unten in die Kommentare. Hast du da schon von gehört oder weißt du überhaupt gar nicht, was das ist? Ansonsten wollte ich auf jeden Fall auch noch auf einen Comic-Drop eingehen, beziehungsweise auf einen Secret-Drop eingehen von Vivi und zwar nämlich zu diesem Comic und zwar nämlich Venom Little Protector Hashtag 1. Das Ganze ist als Secret-Drop mehr oder weniger gekommen. Auf der San Diego Comic-Con wurde das Ganze angekündigt und war eigentlich so geplant, dass nur Leute, die dort sind, im Prinzip auch diesen ganzen Drop bekommen. Ich habe es ganz zufällig in der App gesehen und dann tatsächlich auch bekommen. Der zweite Secret-Drop wurde dann einen Tag später gedroppt. An dieser Stelle war das aber tatsächlich sowas von schnell ausverkauft. Das war echt verrückt. Wahrscheinlich, weil viele auch drauf gegäbelt haben, dass es wieder zur selben Zeit kommen wird. Nichtsdestotrotz ist das auf jeden Fall aber kein zu unterschätzendes Comic, denn das Comic ist wirklich sehr beliebt und die Leute, die sich bei GoCollect, ja mal wirklich auch die Sachen angeschaut haben und auch sich ein bisschen auch mit GoCollect auseinandergesetzt haben, was was bedeutet, die haben eigentlich schon relativ schnell gesehen, dass das ein wirklich sehr beliebtes Comic ist. Wir haben hier nämlich auch eine 10.0 im Prinzip, die wurde 2017 für 550 Dollar verkauft, ist jetzt nicht gerade viel. Eine 9.9 wurde aber insgesamt mit 10 Sales bzw. mit 36 Grades bei über 3000 Dollar hier auf jeden Fall auch schon verkauft. Jetzt sehen wir hier 9.8 gerade mal 120 Dollar, ist ja gar nicht viel. Wenn man sich aber mal hier die Sales anschaut und wie viele Grades es insgesamt davon gibt, dann ist das wirklich sehr, sehr, sehr spannend. Das ist wirklich ein beliebtes Comic und wir sehen hier insgesamt knapp 9.00 9.8 Grades. Das ist einfach eine riesige Menge und dementsprechend wirkt sich das natürlich auch auf den Preis aus. Dafür sind 120 Dollar eigentlich so noch relativ gut, muss man sagen. Und insgesamt, wie ihr seht, knapp 4.000 Sales gab es hier unter anderem auch. Also es scheint auf jeden Fall ein sehr beliebtes Comic zu sein und ich habe auch mich hier bei Chris Vireisen und auch dem Instinct Enrico noch mal eingeklinkt und noch mal nachgefragt. Und die haben das auch noch mal bestätigt, dass das Ganze wirklich ein sehr beliebtes Venom-Comic ist. Dementsprechend mit 1000 Editions sehr, sehr, sehr undervalued und dementsprechend auch vom Preis meiner Meinung nach ist auf jeden Fall noch einiges an Luft nach oben. Und dementsprechend, ich persönlich halte auf jeden Fall mein Collectible. Schreib du mir aber auf jeden Fall gerne mal in die Kommentare, ob du den ganzen Job auch bekommen hast oder ob du das Ganze verpasst hast. Ansonsten würde ich sagen, schauen wir uns auf jeden Fall auch noch den nächsten Comic-Job an und zwar nämlich am Dienstag, dem 25. Juli um 17.00 Uhr deutscher Zeit. Und hier sehen wir nämlich die First Appearance of Maria Hill, The New Avengers. Und hier sehen wir New Avengers, Hashtag 4 aus dem Jahre 2004. Natürlich wie immer mit exklusiven Rare wie auch Ultra-Covern. Und hier haben wir an dieser Stelle einmal diese Cover. Aber mir persönlich gefallen jetzt nicht wirklich und auch auf Go Collect sind die Preise nicht allzu bombastisch. Dementsprechend werde ich mich auf jeden Fall auch aus diesem Job raushalten, weil es für mich einfach an dieser Stelle sehr wenig Sinn macht, diesen Job mitzunehmen und weil es für mich auch einfach nichts bedeutet. Ansonsten war es das an dieser Stelle auch schon wieder mit den gesamten Wii-Videos. Wenn dir da draußen das gesamte Video gefallen hat, gib dir den ganzen Video sehr gerne ein Like und ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall riesig bei dir da draußen fürs Zusehen. Und wünsche dir jetzt auf jeden Fall noch einen wunderschönen Morgen, Mittag am Abend und bis dann, Herr Käpt'n. Ciao, ciao. Ciao.